So, liebe Leute, schauen wir an, dass wir einen Funkturm da erobern. Da geht's lang. Querfeld ein. Keine Ahnung, mit wie vielen Gegnern ich hier überhaupt zu rechnen muss oder auch nicht. Können wir noch reingehen eigentlich? Nö. Da wird die Kamera da griffbereit halten. Bin ja auf der zweiten oder auf der anderen Insel unterwegs, für die, die es noch nicht mitbekommen haben. Was geht da drüben? Ah, die fügte Hunde. Bleibt mir ja fern, sag's euch. Äh, was ist denn so eine Pflanze? Wird sie drüben auch gegeben? Jo, kaminrotes Platz, das kennen wir. So, da oben ist der Funkturm. Da will ich hin. Während die Insel, obwohl auch alles grün ist, schaut sie doch ein bisschen anders aus. So, keine Ahnung, ob mich da irgendwas erwartet irgendwo. Sieht das Gegner? Ah ja. Obwohl, die schauen anders aus. Ja klar, Was ist tot? Was war auf der anderen Insel? Hier sind die Jungs von heute unterwegs. Das eigentlich nicht heißt, dass ich da wenig aufpassen muss. Ich vermute mal, die sind genauso unangenehm wie die anderen. Ah, ich debb. Nochmal debb. So, pass auf, was soll ich machen? Einfach aus Spaß. Ahaha. Weil wir es haben. So. Hüpft er rauf. Jawohl. So, Funkturm in sich. Die Frage ist nur, ob dieser Funkturm von irgendjemand belagert ist. Was geht der Dusch? Pass auf. Oh. Der Hütter ist ruhig. Trotzdem. Da werde ich auch da eine Miene legen. Ja, einfach, weil ich kann. So. Dann schauen wir, ob wir raufkommen. Und wenn wir den ersten Funkturm auf der neuen Insel freischalten. Oh, die sind auch recht heile. Da, schau, da kann man direkt dann noch... Ah ja, gut. Habe ich schon verschrien. Doch nicht normal raufgehen. Komm, ich pf rauf da. Oh, Multikill. Da ist irgendwo wer explodiert. Oh je, oh je, oh je. So, mal schauen, wo muss ich denn da weiter? Da geht's rü... 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 wo muss ich denn hin? Da drüben? Oder da? Ah. Da kann ich noch eine drauf. Muss ich rüberhüpfen. Wenn wir auch denn das... Ah, da. Momentl. Uah. Jetzt aber. Und hopp. Chasen der Kletter, Maxi. Jawohl. Ich finde es einfach nett, dass es einem immer gleich ist. Bis jetzt war es wirklich so, dass es jedermassen anders war. Und das finde ich einfach gut, weil es ein bisschen abwechslung ist. Wow. Was darunter gefallen, auf lauter Klugscheißen. Äh. So, und jetzt aber da rauf. Letzten Meter. Bis zum ersten Funktum. Dann zeigen wir mal, was es hier so gibt in der Umgebung. Also, was haben wir da? Oh, ein schönes Bergdörfchen. Das Haus eigentlich. Da liegt da noch was Nettes. Und noch ein Lager. Okay. Oh, Rackgärtauftrag. So. Funktum aktiviert. Blick auf die Karte. Wie schaut's da aus? Zack. Wow. Tiefes Feindgebiet. Hohohoho. Tiefes Feindgebiet. Da gibt's wieder einen. Oh, da gibt's wieder gleich ein Relikt da in meiner Umgebung. Schildkrötenhügel. Okay. Gut, so. Das heißt, das Relikt ist direkt unter mir irgendwo. Jetzt gratis im Shop. Die 50 und die Vector. Na bitte. Da braucht man gar keine Kohle. Einfach das erobern und die Sache ist erledigt. Ähm. Große Preisfrage. Frage, wohin soll ich mich jetzt abseilen? Das wissen jetzt die Götter. Ja, da geht's in die Richtung. Wo geht's da hin? Was gibt's da drüben? Da gibt's gar nix. Da gibt's sicher ein paar Kisten. Und was gibt's da in die Richtung? So, weil es am wenigsten weit zum Relikt, oder? Oh, das Relikt ist mir jetzt wurscht. Um das geht's jetzt da mal nicht. In die Richtung muss ich also nicht mehr das Seil. Achtung, Achtung, und hepp. So. Eigentlich angekommen. Wo müssen wir eigentlich hin? Wir müssen, wir müssen, wir müssen in diese Richtung. Äh. Äh. So, da gehen wir jetzt erstmal da rüber. Was haben wir hier oben? Jetzt sehe ich wieder ein paar Kisterl. So, wir müssen nochmal, 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 nochmal lesen, was wirklich mein Auftrag ist. Pass auf, das schauen wir uns nochmal an. So, definitiv müssen wir da hin. Aktuelles Ziel. Nähere dich vorsichtig dem Senote, oder wie auch immer man das nennt. Die Definition vorsichtig wäre wieder mal gefragt, aber gut. Einfach so vorsichtig machen wie immer. Niemand darf mich sehen, bis ich mich umgezogen habe. Bleibe unentdeckt. Jo. Ich werde es versuchen. So. Die Frage ist einmal, wer könnte mich entdecken? Ist da irgendwo wer? Gibt's auf jeden Fall hier in meine Seilrutschen? Niemand hört ihn, bloß kein Alarm auslösen. Jo, kann man... Ich sehe ihn, ich sehe ihn nicht mal, wim. Ah, jo. Jetzt steigen wir ihn. Sie haben sehr so ein Schrei, der Fakt ist dann auch von hinten ausgeschalten zu werden, oder? Ich bin wirklich alleine, ha? Kann das sein, dass da keiner sonst ist. Das wäre fast ein bisschen zu einfach. Aber ich höre ihn mal, wim. Gar nichts. Da ist todes Stille. Wer redet denn da? Hm. Dubios, dubios. Das macht nichts. Ah, das haben wir jetzt da. Pass auf. Oh, Pept in uns, ja, Uber, da. Heu... Ah, so geht es. Verstehe. Spannende Geschichte da. Oh, ein schön vorsichtig sein, oder? Ja, ich habe es Ihnen nicht vorher. So. So. Oh. Ich bin nicht der Hocke. Das brauchst du mir nicht erklären. Für die Spiele schon lange genug. So, ich frage es noch, wie denke ich die jetzt ab? Ah, falsche Richtung. Was ist denn das? Gib dich zu erkennen. Das habe ich nicht gut gemacht. Das habe ich definitiv nicht gut gemacht. So, ja, ich muss jetzt irgendwie rüber. Na, so vielleicht. So kann es vielleicht klappen. War ja nur vielleicht. War vielleicht nichts. Langsam geht mir das auf den Sack. So. Ähm. Oh, oh. So. Jetzt müssen wir schauen, dass ich wieder wegkomme. Da wo ging ein DS-10. Pass auf, ich schmeiße da rüber. Das interessiert ihn aber nicht. Wenigstens kein Regen. Mann. Ah, weißt du was. Ich probiere es einfach mal ganz frech. Da rum. Siehst du das? Da geht es ja. Was? Ah, da fühlt es sich... Ah, es geht ja da hin. So, geht es beide rauf, bitte, ha? Ab jetzt höre ich genau hin. Okay, da war es wieder. Ah. Wo ist die überhaupt hin, da? Und jetzt ist ein kühles Bier. Ah, es geht ja wieder da rüber. Eieiei. So, wir machen es jetzt nochmal da rüber schmeißen. Komm. Was ist denn da? Ja, geh mal schauen. Komm. Der da oben soll sitzen bleiben. Der soll nicht runterkommen. Der soll oben bleiben. Okay. Komm. Dann ist der Zug gegangen. Oh. Stein gewinnt immer. Lenke 25 Gegner mit einem Stern ab. Ah, bitte. So. Weiter geht's da. Die freiwillige Länder ist weg. Ab jetzt nur noch vier Urlaub. So, nicht? Was war das? Was war das? Was war das? Ach so, Moment, dafür kann... Vielleicht kann da irgendwo rauf. Da kann ich rauf, ja. Der stellt mich nicht um. Jetzt pass auf, da rauf. Und hüpp. Mal müssen sie den mal rüber holen da. Achtung, Stein. Na, komm mir, all. Na, überhaupt nicht. Was ist das? Komm nur. Komm nur hier. Jawohl. Weiter gehen. Nein, Leute. Mal noch mal einen Stein schmeißen. Da rüben. Komm, schau nach. Ah. Nein, du bist so doof. Ja, komm halt nachschauen. Soll du Steine am Kopf schmeißen oder was? Okay, dann kommt er her. Bitte komm jetzt mal schauen, das gibt's eine schöne Sohan. Komm mal. Was? Wieso kommst du da nicht? Mann, da geht bei einem Zeiger. Muss ich sonst irgendwo vorbeitun? Ah, Moment. Verdammt, da kann man nicht durch. Schade. Okay. Vielleicht doch nicht. Bitte, es kam. Ich kann einen Stein in einem Städel schmeißen. Doch, vielleicht kann ich's durch. Pass auf. Ja, wieso machst du da nichts? Okay. Was macht's jetzt? Ajo. Zumindest geht er mal irgendwo hin spazieren. Keine Ahnung, wo du alles hinlatscht. Nähere dich dem Eingang zu den Docks. Ja, da habe ich noch ein Stückchen vor mir. Dann kommt das auch wieder rein im Wasser. Oho. 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 Aufgeflogen. Ah, verdammt. Aufgeflogen. Ja, ist schon recht. So, aber das brauche ich eine Pause. Definitiv. Uiuiui. Diese Schleichereise war schon mühsam mit den Camps. Auf jeden Fall. Danke fürs Zuschauen. Ich wünsch euch was. Tschüss, ciao. Euer Bitwalker. Chao. Musik Schlaf.